Also, ich hab mir gedacht, Helge, heute bedrinkst du dich mal nicht, hab ich mir gesagt. Ich hab mir gedacht, Helge, heute bedrinkst du dich mal nicht. Aber das hat die Flasche dann zu mir gesprochen. Das klingt jetzt ein bisschen... Deine erste Ahnung, jetzt würdest du das über die Flasche, über das Glas hinauskehren. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber die Flasche hast du mir gesagt. Helge hat die Flasche gesagt, Helge, du musst mich was leer machen. Das ist so mit Kühen, wenn der Euter zu dick wird, dann müssen die gemolken werden. Und so ein Spannungsverhältnis... Äh... Äh, Frust. Du machst deine ausfriesischen Heimat alle Jahre mit den Krillern.